Musik Moin ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Ja, schwerer Aufstieg, da sind wir auch stehen geblieben, ne? Ah, wie ich sehe, bin ich immer noch auf diesem tollen Band. Und es knallt und zischt und macht und tut. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen orientieren, weil ich hatte jetzt eine Pause drin. Achso, so kleine Info wollte ich euch noch mitteilen. Der Valdi ist jetzt nicht mehr mit dabei. Weil der Valdi, ähm, ja, ist wieder zu Hause. So, weil ich hatte jetzt eine Pause drin wegen dem Urlaub. So, ne, ne, eine Runde Urlaub hatte ich, ja? Habt ihr ja, denke ich, mitgekriegt zum Teil. Lass mal den Trigger wieder finden. Hier, André. Und erstmal liebe Grüße an unserem Valdi. Finde ich cool. Jetzt soll ich da rüberspringen, ja? Okay. Der Feuer, der Schock kommt gar nicht so weit. Scheiße! Ich bin zu weit gesprungen. Okay. Der Loos jetzt hier. Ah, habt ihr das gesehen? Das habt ihr gesehen, ne? Gebt's zu. Ich bin der Loser. Ich glaube, ich werde heute noch öfter sterben, wenn ich Pech hab. Aber das wird nämlich jetzt langsam etwas schwieriger. So. Au. Ei, ei, ei. Schauen wir mal. Ich bin immer noch auf diesem blöden Fließband hier. Ja, super. Jetzt muss ich da auch noch rüberspringen. Wow. Das war knappig. Aber sowas von. Ich weiß nicht, wo der nächste Speicherpunkt hier ist. Wie war das noch? STRG Hocke. Aha. Komme ich nicht hier aus der Hauke raus? Nein. Oh, oh. Jetzt habe ich nur noch 13. Das werde ich nicht packen. Ihr Lieben, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen hier. Ich habe sehr wenig Lebenspunkte im Moment. Okay. Mike, hörst du mich? Ich habe den Aufgang erreicht. Alles klar, John. Jetzt noch da hoch. Und du bist bereits auf der oberen Ebene, wo Chris und Alex dir entgegenkommen. Mike? Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich es hier nach oben schaffen. Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Gibt es keinen anderen Weg? Oh Mann. Kann hier nicht irgendwas einfach mal funktionieren? Sieht leider nicht so aus. Okay, hör zu. Ich versuche eine Alternative zu finden. Warte kurz. Als hätte ich eine Wahl. John, hier sind wir wieder. Hörst du mich? Ja, ich bin noch hier, Mike. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören wirst, aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst irgendwie durch das Treppenhaus nach oben gelangen. Wie soll ich das denn anstellen? Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Ich weiß es leider auch nicht. Versuche einfach, dich vorsichtig nach oben vorzuarbeiten. Ich werde es versuchen. Aber hier geht es extrem tief nach unten. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Na dann mal los. Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen halben Feuer. Da schau. Super. Und ich habe nur noch 13 Lebenspunkte. Und mein Feuerlöscher ist leer. Gibt es hier noch einen anderen? Uh oh. Das sieht schlecht aus. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich gehe oben in irgendein Treppenhaus Was ist das? Was ist das? Das muss ich überlegen Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße So gut verziehen, ey Ach ne Sind wir jetzt wieder da? Ich hätte das Feuer da schon müssen Ach ne, jetzt bin ich wieder hier Okay So ein Scheiß Ach so, A-Trek Ach so, A-Trek Liebe Leute Helft mir, Hilfe Oh Mann Schwerer Aufstieg Gegenwart Ja Das Speicherpunkt ist auch äußerst ungünstig Hier muss ich ja mal sagen Feststellen Jetzt bin ich so weit gekommen Also man muss genau aufpassen Wo man springt, Alter Aber sowas von Mal gucken Wie weit wir in dieser Folge jetzt hier kommen Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wir haben ja noch ein paar Folgen, oder? Frenkel! Ich sag immer, das ist ja eigentlich Frenkels Aufgabe, oder? Oh, Harald, wir vermissen dich. Das glaubst du gar nicht? So, wir werden mal gucken. Es ist mir nicht so einfach. Du musst hier genau treffen. Ah! Konzentration. Ne! Ne! Das glaub ich jetzt nicht. Okay, ihr Lieben, ich mach erst mal ne Pause. Vielleicht, so blöd kann ich doch nicht sein, oder? Vielleicht sollte ich mir echt mal alle rauchen, oder so? Hahaha! Okay, ich sag mal bis später. Tschüss! Okay, ich sag mal, 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 ich Vielen Dank.